Hallo zusammen aus der Mittagspause. Ich habe auf meine letzten Videos einige Nachfragen bekommen, ob es von mir Livestreams mit Live-Trading geben wird. Die Juni ist auch im Hintergrund da und das ist bei mir einfach nicht möglich, weil ich tagsüber arbeite und das Trading immer nur so zwischenher mache und neben der Frau und den Katzen auch sonst natürlich einiges Aufmerksamkeit verlangt. Was ich aber vielleicht anbieten kann, da müsst ihr mir einfach Feedback geben. Ich spiele seit ein paar Wochen mit CFD und Forex Trading rum, weil der übliche Markt ja jetzt auch nicht sonderlich ist und ich auch im Tastyworks nur momentan IWM, also Index-ETF, handle und ich auf einzelne Aktien einfach momentan wenig gebe. Naja, und ich auch die Zeit nutzen will, um was Neues zu lernen. Deswegen habe ich mir eigentlich eine Prop-Firma ausgesucht, wo ich jetzt die Challenges mal gemacht habe. Allerdings haben da die, oder allgemein der deutsche Channel in meinem Discord-Server vermehrt und richtigerweise angebracht, dass das für mich steuertechnisch nachteilig ist oder zumindest schwieriger. Und da mögen sie recht haben oder da haben sie recht. Von daher habe ich jetzt beschlossen, diese Prop-Firmen-Geschichte sein zu lassen und habe mir jetzt heute Morgen recht schnell auf XM-Trader ein Konto eröffnet. Ich werde von denen weiterhin nicht bezahlt, das war eine Empfehlung. Aber ich muss sagen, also Kontoeröffnung, Überweisung des Geldes und auch der deutsche Support, der mich heute Morgen zurückgerufen hat, da können sich einige größere Banken durchaus was abschneiden. Naja, und jetzt habe ich mir einfach mal beispielsweise und zum Spaß in Anführungszeichen 250 Euro überwiesen und spiele jetzt einfach mal, und ich hoffe, dass ich gleich in mein Profitziel komme, ja, spiele jetzt einfach mal ein bisschen rum und, beziehungsweise, na, gucken wir mal ganz kurz. Ja, schau da einfach mal ein bisschen rum, teste aus. Jetzt spiele ich natürlich mit viel, viel weniger Kapital als bei der Prop-Firma. Daran muss ich mich auch erst mal gewöhnen, die unterschiedlichen Lot-Sizes. Aber das kann ich eben, da Forex-Trading weltweit nur wenige Stunden nicht möglich ist, im Zweifel auch zu anderen Randzeiten aufnehmen zumindest. Oder auch, wenn da überhaupt, ja, von euch welche bereit sind, auch natürlich live was machen. Und generell will ich das einfach zum Lernen nutzen. Ich finde es relativ interessant. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wie ihr sehen könnt, bin ich einfach jetzt ganz, ganz wenig von der Lot-Size. Ich habe jetzt heute Morgen angefangen, habe 22 Euro gemacht. Das sind knapp 8 Prozent von meinem Portfolio. Von daher bin ich super zufrieden. Werd hier einfach ein bisschen austesten, umspielen. und muss auch einfach, ja, die unterschiedlichen Sizing-Sachen nochmal ändern, unterschiedlichen Hebel. Ich habe, ja, ich habe einen 25.000-Dollar-Account bei der Prop-Firma gehabt. Das ist jetzt doch, oder habe ich theoretisch noch, und das ist dann doch ein bisschen was anderes. Ich habe mir jetzt bei dem XM-Trader einen Hunderter-Hebel gewählt. Den kann man aber auch ändern, aber den hatte ich eben auch bei FDMO. Und, ja, ich probiere das jetzt mal aus. Und generell, wenn ihr da Interesse habt, lasst es mich doch bitte wissen. Und auch wenn ihr kein Interesse habt, ich habe nicht vor, irgendwas hochzuladen, dass das euch nicht interessiert oder das euch auch nicht gefällt. Dann kann ich das einfach für mich machen, wenn gut ist. Aber ansonsten kann ich das gerne näher ausführen. Es ist ja sicherlich auch für die Index-Betrachtung für euch interessant, da ja viele da meine Meinung erfahren wollen. Also ich schaue mir schon auch praktisch den DAX, den Nasdaq und den S&P an und eventuell noch ein bisschen den Hanseng. Und da kann ich sicherlich auch meine Meinung dazu geben. So, also bitte, da bin ich auf ein bisschen Feedback angewiesen. Generell, Markt ist natürlich gerade schlimm. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen verkraften in eurem Portfolio. Das geht ja noch. Da sage ich gleich was dazu. Deswegen befasse ich mich auch schlicht nicht mit Einzeltiteln, was wenig Sinn macht. Und ich hoffe, dass ihr nicht zu sehr mit gehebelten oder zeitintensiven, also mit zeitrelevanten, sprich Optionen oder Optionsscheinen, K.O., was auch immer unterwegs seid. Die Aktien können liegen bleiben, wenn es keine völligen Bananenkistenfirmen sind. Und ansonsten, ja, Krypto ist natürlich gerade ziemlich am Arsch. Aber das wird man absehen müssen, wie jetzt die Stablecoins darauf reagieren. Da sage ich gerne auch was. Dankeschön. Am Wochenende dazu. Und, ja, wir müssen mal sehen, wie das geht. Ich sehe das Ganze als Lernumfeld. Wir können nicht immer nur in grünen Zeiten lernen zu traden. Dann ist es zu einfach. Ich glaube, jetzt, wenn ihr, wenn es möglich ist, deswegen size ich da hier maximal runter und spiele halt einfach mal mit 250 Euro rum. Wenn es möglich ist, nehmt das tatsächlich als Chance, auch in sehr, sehr schwierigen Umfeld und auch für viele wichtige und lang erfahrene Leute sind die aktuellen Zeiten mehr als ungewöhnlich und verschiedene Faktoren passen auch nicht zusammen. sage ich vielleicht auch was am Wochenende nochmal dazu. Schaut, dass ihr etwas lernt, wie ich jetzt zum Beispiel neue Assetklassen, andere Möglichkeiten zu traden, vielleicht zu hedgen, wie auch immer. Nehmt was aus dieser Zeit mit, außer immer auf eure eventuell roten Portfolios zu schauen. Das hat keinen Sinn. Da macht ihr euch nur mental fertig. Das bringt keinem was und den Markt interessiert es auch ehrlich gesagt nicht sonderlich. Von daher schaut, dass ihr ein bisschen was Positives findet und wenn ihr halt Verluste habt, dann muss man einfach ins, ja, ins, ins, die bittere Pille schlucken. Ähm, aber so ist es eben. Und, ähm, ich werde da sicherlich auch nochmal in der Kaffee-Runde am Samstag oder Sonntag ausführlicher dazu reden. Ähm, jo, ansonsten, ich habe hier unten nochmal eine DAX-Position geöffnet, die ich eigentlich stehen lassen wollte. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht öffne ich die hier oben. Und dann dürften wir eigentlich heute auf gute 10% kommen, wenn es so weitergeht. Ähm, das finde ich eigentlich sehr schön. Und mal gucken, wie es, gibt auch rote Tage, aber eben mit dem kleinen Sizing tut es mir auch nicht weh, wenn jetzt der Markt mal zusammenbricht. Ich habe jetzt irgendwie bei den 2, äh, irgendwie 90 Cent Verluste gemacht. Das ist, denke ich, vertretbar. Und, ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, gut. Und lasst mich bitte wissen, ob so ein Content, ob Forex, ob CFD überhaupt was für euch ist. Ich hatte auch überlegt, ob ich nicht unbedingt täglich, aber regelmäßig einfach eine kurze Indexübersicht, ähm, in einem 5-Minuten-Video veröffentliche, wo ich einfach mal kurz durch die Indexe durchgehe. Ich habe das in den letzten Wochen, ähm, ab und an mal auf Reddit gemacht, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das im Daily da so gut aufgehoben ist. Also, es gibt natürlich schon ein sehr, sehr positives Feedback, aber die Leute scrollen das ja meistens am Handy durch. Und dann ist ein Tradingview-Chart jetzt halt auch irgendwie schwierig, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, wäre schön, wenn ihr da ein bisschen Feedback gebt und dann weiß ich auch besser, was euch interessiert und wie ich euch helfen kann. Weil, und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mal irgendwie eine Meinung dazu braucht, meldet euch, ja. Ähm, ich weiß, die, die Zeiten sind jetzt für einige sicherlich schwer, da muss man halt durch, ja. Ich hoffe, dass es, ähm, jetzt nicht zu schwer für euch mental ist und falls doch, sucht euch bitte Hilfe, meldet euch, aber irgendwann dann auch professioneller, wenn es wirklich schlimm ist, ja. Ähm, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.